Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, hallo Leute. Zum internationalen Tag der Modelleisenbahn am 2. Dezember haben wir heute einen Hauch von Italien auf der Anlage. Wir zeigen euch die neue E424 von Märklin im Livrea Castano Isabella in dem schönen Braunton, am Haken heute, auch alles Italien, auch von ACME, verschiedene UIC-X-Wagen der älteren Generation, im Livrea Grigio Adesia und im Livio Rosso Vegato. Ja, viel Spaß mit dem Video, Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Ja, viel Spaß. 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 Viel Spaß. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.